Huuu, fuck it. Ja, eine Hex muss da drauf. Ui, jetzt ist Sonnwenn. Jetzt ist Sonnwenn. Angenehm warm. Jetzt hab ich mein Handy nicht dabei, so einmüsse ich, weil es ist halt gut. Oh, oh, oh. Der Pfeier wär bald auf. Ich muss Frau Bromberger mal telefonieren. Der Kippt muss los, kippt er. Also kippt das Kopf irgendwie so nach hinten und bellt sich unten mit einem halben Überschlag wieder ins Pfeier. Aber, ob man sich da immer noch draufsitzen kann. Und in einem Feuer feste Anzug für Dirk. Wie nehmst du auch? Was das Olympische Feuer? Ja, zwei Fakten, ja. Oh, jetzt hab ich die Richte nicht mehr. Ja, jetzt muss ich die Jungen machen. So ist das. Oh, wenn ich sie, dann kann ich nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Na, das war's. Auf Geburtstagsgünn. Ach, genau. Auf Geburtstagsgünn. Auf Geburtstagsgünn.